Ein junger Hamster trifft auf einen älteren Hamster. Was machst du denn so? Mir ist so langweilig. Ich gehe zum Teich und ficke dort die Enten. Oh, das klingt spannend. Darf ich da mitmachen? Nee, dafür bist du wirklich noch zu klein. Och bitte, mir ist so furchtbar langweilig. Na gut, ausnahmsweise. Also die Hamster kommen zum Teich und die Enten sehen sie und denken sich, Oh Scheiße, da kommen die Hamster. Die wollen uns bestimmt ficken. Also springen sie schnell in den Teich und schwimmen zum anderen Ufer. Die Hamster hoppeln hinten rein. Und die Enten nicht dumm schwimmen wieder zum anderen Ufer. Und die Hamster hoppeln wieder hinterher. Und so geht das ein paar Mal. Immer im Kreis. Und schließlich kommt der kleine Hamster ganz außer Atem. Also eine Runde mach ich noch mit. Und dann, dann hab ich genug gefickt. Und dann geht's. Dann geht's.